hallo liebe leute wir sind hier in der verfluchten bucht und hier kommt ihr nur hin wenn ihr den stützpunkt freigespielt habt in diesem gebiet also die flucht müsst ihr komplett frei spielen damit ihr den stützpunkt erhaltet und dann könnt ihr auch erst hier hinkommen diese sache wird erst frei wenn ihr das gebiet freigespielt habt stützpunkt machen da bekommt ihr dann schon die tiefen frei und ihr könnt hier rüber gehen zu dem schreien einfach dann zu unserem 31 schreien hin rennen der gibt uns zwei stärke und wir bedanken uns im nächsten video